Die amerikanische Wissenschaftlerin Patricia Hunt hatte bei ihren Studien nicht den Kunststoff im Visier. Ehe sie auf etwas stieß. Die kage war verletzt, und das war die Kage verletzt. Das war die Kage verletzt, und das hat die Plastik begonnen. Was das das bedeutet? Das heißt, dass die Plastik, die wir benutzen, die das Bisphenol A, die Polycarbonate Plastik, Baby Bottles, viele sind Polycarbonate, dass mit repeateden Wach und High Temperaturen, eventually die Plastik starte zu degrade, und dann wird das Bisphenol A mehr und mehr aus dem Chemik. Wir haben schon, dass wenn man Wasser in, und andere haben schon, in Polycarbonate Plastik, die Bisphenol A ist verletzt, speziell auf den Heeten, wenn man es um. Wir essen, wir essen, in den Karten und wir weggehen. Wir machen unsere Blinkets, wir werden es über den Blinklisten passen in unsere Haut. Hochschule.